Der Vater für diese King Kong ist jemand von Van Damkow, von Lopla und von Kondex und Gazelle de Else. Die Gazelle de Else, sie loftet ein Spiel von Schüttelshof und die Vatergasse noch in Doppeltro am Vorteil. Stockmaat 1,66 m, 1,66 m, 1,66 m. Okay, Kong! Kondex. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.